Herzlich Willkommen zu einem weiteren Promi-Geflüster, liebe Zuschauer, hier in Metzingen-Neuhausen. Und so weit mussten wir gar nicht rausfahren. Heute nochmal im schönen Oktober. Das Wetter ist einigermaßen nochmal trocken im Gegensatz zu den letzten Tagen. Und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Steffen Kohl, bestens bekannt unter dem Duett-Namen mit seinem Bruder Daniel und Steffen. Da waren sie auch schon bei uns zu Gast, aber das ist schon ein paar Jahre her. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Hallo Frank, ich freue mich dich mal wieder zu sehen. Dankeschön. Und gerne, ganz meinerseits. Genau, warum wir uns heute treffen, genau zum einen hier bei der Kosmetikbehandlung und Schönheitsperle, so wie es heißt, Kosmetikstudio. Ganz genau, hinter uns steht es ja, hier am Tag der offenen Tür. Du hast spontan zugesagt, auf einen kleinen Sprung vorbeizukommen. Und heute auch ein paar Auszüge aus deinem Debütalbum zu geben. Die haben wir auch hier, die CD. Für alle, die sie haben wollen. Genau. Steffen Kohl, ganz neu, in meinem Herzen. Ja, die ist noch ganz heiß, glaube ich. Die ganz frisch. Ja, richtig. Die kam erst am 23. September offiziell auf den Markt. Und ich bin jetzt stolz, ja, endlich Besitzer eines eigenen Albums zu sein. Also es ist ja nicht das erste, nicht die erste Produktion. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit immer wieder CDs auf den Markt gebracht. Aber das ist jetzt das erste Solo-Album. Und ja, da ist es nun in meinem Herzen. Und ich freue mich, dass ich hier heute in der Schönheitsperle in Metzingen nachher auch ein paar Titel dann noch präsentieren darf. Ja, da freuen wir uns alle drauf, natürlich. Wie viele Alben habt ihr denn zusammen gemacht mit dem Bruder? Vier Stück waren das im Duett, also im Duo. Und das ist jetzt die erste, solistische, genau, die fünfte. Die fünfte, genau. Und was für Titel habt ihr denn drauf? Ich meine, ihr seid ja da schon so im Schlagerbereich unterwegs gewesen. Ein bisschen der sanftere Schlager, jetzt nicht unbedingt der Popschlager, wie man es so vielleicht von anderen namhafteren kennt. Ja, ich bin unserer Linie treu geblieben auf alle Fälle. Das liegt uns einfach so diese melodiöse, romantische Ader. Das habe ich sowieso irgendwie auch im Blut. Und das passt auch zu meiner etwas sanften Stimme, diese Musik. Und deswegen haben wir da schon ganz bewusst uns in diese Richtung, dann haben wir auf die Richtung zugesteuert. Zusammen mit Georg und Walter Wörle, meinem Produzenten. Bei Tirol ist das Album dann entstanden. Und ja, es sind einige namhafte Texte mit dabei. Und es ist auch so ein bisschen ein persönliches, fast schon ein familiäres Album geworden. Denn auch meine Frau hat drei Texte beigesteuert zum neuen CD. Und ein Duett ist ja mit drauf mit unserer Tochter, mit der Leona. Sag mir, wo ist der Himmel? Das ist natürlich auch immer so ein bisschen das kleine Highlight. Also sagen wir mal so, die Musik liegt auch schon in den Kinderschuhen bei deinen Kindern, die dann irgendwann vielleicht auch mal in die großen Fußstapfen des Vaters treten werden, oder? Ja, von mir aus gerne. Schauen wir mal. Also sie hat es auf jeden Fall im Blut. Es macht ihr auch Spaß. Und ja, doch, ich denke, das könnte schon was werden. Wenn Sie jetzt dann vielleicht viele fragen, warum ist jetzt der Bruder nicht mehr dabei? Was ist da draus geworden? Was macht er? Ja, viele haben es ja mitbekommen. Er ist hauptamtlicher Bürgermeister in der Landkreisgemeinde bei uns in Göppingen. Und das war schon im Jahre 2013, als er gewählt worden ist. Und wir haben uns dann natürlich überlegt, wie soll es weitergehen. Es war damals dann schon ein bisschen zeitlich knapp, schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen für ihn. Natürlich hat er auch viele Verpflichtungen am Wochenende. Und jetzt haben wir uns dann entschieden, dieses Jahr, dass er sich dann eben aus dem musikalischen Wirken komplett zurückzieht. Und seither bin ich dann eben als Solist unterwegs. Und es läuft eigentlich ganz gut. Ich bin froh, dass es wieder so gut angelaufen ist, weil es war ja so ein bisschen ein Durchhänger in der Zeit. Also die letzten drei Jahre hat man nicht viel gehört von uns. Und ich muss aber trotzdem sagen, ein großes Kompliment und Dankeschön an meine Fans, die immer noch da sind. Sie sind sehr, sehr treu und unterstützen mich und haben gesagt, sie sind eigentlich immer da, wo ich bin. Und das gibt dann natürlich Bestärkung und da macht man natürlich dann sehr, sehr gerne weiter. Und dass der Dangel mal wieder mit einsteigt, lasst man das mal offen, die Option? Ja, das lassen wir auf jeden Fall offen, klar. Also es kann durchaus mal passieren, dass man euch wieder zusammen auf der Bühne sehen wird. Ja, ausgeschlossen ist ja nichts im Leben. Ja, ich meine, wenn er dann jetzt erstmal wieder sieht, dass du da wieder gut durchstartest, dann kann es vielleicht schon passieren. Ja, wobei die Entscheidung ja nicht so mir nix, dir nix entstanden ist. Es hat sich abgezeichnet, dass es aus seiner Sicht einfach nicht mehr geht. Aus beruflichen Gründen halt. Und dann haben wir uns das natürlich schon lange überlegt. Von daher ist es jetzt auf jeden Fall vorerst schon mal so gedacht, dass ich jetzt alleine auf der Bühne stehe. Aber wie du gesagt hast, wir lassen mal uns überraschen, was die Zukunft so bringt. Genau. Ganz genau. Jetzt, wenn man so drauf schaut, sind 13 Titel drauf. Also sind einige neue Nummern drauf. Aber wenn man auch so schaut, ein paar, zum Beispiel Frag Maria, ich glaube, das war ein Titel von Roy Black sogar. Ja, richtig. Und das hat sogar, man soll es nicht glauben, der Dieter Bohlen damals getextet. Also auch er hat eine ganz romantische Ader. Und ein Lied ist ja dabei von Peter Alexander, Zeit der Rosen, der ja in diesem Jahr, glaube ich, 90 Jahre alt geworden wäre. Und das sind zwei großartige Künstler, die ich auch bewundere. Und deswegen habe ich dann auch mich entschieden, zwei Titel zu covern. Und dieses dritte, dann eben, sag mir, wo ist der Himmel, mit unserer Leona. Das war ja ein Lied, das in den 90er Jahre von Schäfern interpretiert wurde. Ja, also eine tolle CD. Also wer Internet hat, da kann man sich natürlich auch einen YouTube-Zusammenschnitt mal anhören. Von einer ganzen Bandbreite, was so mit drauf ist. Also sind wirklich tolle Nummern dabei, auf alle Fälle. Da wird man, wie gesagt, nachher noch eine kleine Kostprobe haben. Was stehen für Termine an? Wo bist du anzutreffen? Denn jetzt geht ja wahrscheinlich erst mal die harte Arbeit wieder los. Überall Promoten, Auftritte und so weiter. Was kommt in nächster Zeit? Ja, es gab schon einige Interviews bei verschiedenen Radiostationen. Es stehen auch noch einige Promotion-Termine an, ganz klar. Was jetzt die öffentlichen Auftritte angeht, da habe ich jetzt dieses Jahr noch ein Highlight. Zum Beispiel an Silvester plane ich die erste Silvesterfeier bei uns. In unserem Heimatort in Heiningen gibt es eine große Silvesterparty am 31.12. Die werde ich ausrichten. Und da hat jetzt auch der Vorverkauf begonnen. An der Stelle möchte ich vielleicht auch kurz auf meine Homepage hinweisen. Unbedingt, unbedingt. Das sollte man tun. www.steffen-kohl.de Da kann man dann finden, was so in nächster Zeit ansteht. Nächstes Jahr der siebte Uhinger Schlagerfrühling. Auch ein Highlight in unserem Veranstaltungskalender. Da werden dann die jungen Zillertaler mit dabei sein. Und Gabi Baginski. Tolle Namen auf alle Fälle. Und ich denke mal, da sollte man sich auch sputen, seine Karten zu sichern, oder? Ja, der Vorverkauf beginnt jetzt Ende November. Und dann geht es los. Also wer da noch ein Weihnachtsgeschenk sucht oder so, der ist ja bestens bedient. Auf alle Fälle. Also da alle Musikfreunde natürlich zu euch zum Frühlingsschlagerfrühling. Wo ist das nochmal genau? In Uhingen im Auditorium. Genau. Das liegt ja zwischen Ulm und Stuttgart ganz grob. Genauso wie Göppingen für alle Arzunkundigen im Filztal bei uns. Genau. Jetzt hast du mir im Vorfeld, als wir uns hier verabredet haben, natürlich gesagt, Metzingen, klar, sie ist immer wieder eine Reise wert. Vor allen Dingen für die Frau. Nachher noch einen Sprung nach, sozusagen, ins Outlet-Sender, oder? Ja, es bietet sich natürlich an, wenn man hier ist. Mir ist es nicht so wichtig, aber meiner Frau dafür umso mehr. Das hat sie schon gesagt, dass sie dort auf jeden Fall noch vorbeischauen will. Und sie hat sogar noch einen Gutschein. Und den werden wir dann heute natürlich einlösen. Und dann schauen wir mal, was es für Schnäppchen gibt. Genau. Ja, also wie gesagt, du bist noch ein bisschen da natürlich. Klar, jetzt erstmal eine kleine musikalische Runde, würde ich sagen. Dass wir mal dich auch hören, was du musikalisch zu bieten hast. Und wenn es ist, wenn der eine oder andere eine CD mitnehmen will, wir haben sie hier. Du hast bestimmt auch welche mit in deinem Koffer. Und vielleicht das eine oder andere Autogramm bekommt man hänger. Und das eine oder andere Autogramm bekommt man von dir sicherlich auch. Auf jeden Fall. Ich bin natürlich gerne noch ein bisschen da für die Zuschauer oder die Gäste hier von der Schönheitsferde. Genau. Also, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich, dass du hierher gekommen bist. Wir machen eine kleine Umbaupause und dann gibt es noch eine musikalische Kostprobe. Herzlichen Dank. Ich krieg schon alles raus, was ich so wissen will. Verrat mir nicht zu viel. Ich krieg schon alles raus, was ich so wissen will. Keiner sieht, was wird wohl morgen sein? Schon zu zweit oder noch so allein? Oder noch so allein? Ich probier's jetzt frech. Vielleicht hab ich auch Pech Doch dein Lächeln macht mir so viel Mut Verrat mir nicht zu viel Weil ich entdecken will Wovon du heimlich träumst Und was du zu mir meinst Das macht mir gar nichts aus Ich krieg schon alles raus Was ich so wissen will Verrat mir nicht zu viel Soll er alle jetzt unterstützen mich mal ein bisschen Verrat mir nicht zu viel Wer ist denn da hinten? Weil ich entdecken will Wovon du heimlich träumst Und was du zu mir meinst Das macht mir gar nichts aus Ich krieg schon alles raus Was ich so wissen will Verrat mir nicht zu viel Was ich so wissen will Das uns bewegt und das uns hält Viva la Musica Musik die uns gefällt Das Leben erklingt Und jedes Herz singt Viva la Musica Sie lacht und sie weint Verführt uns und träumt Viva la Musica Sie schreibt das schönste Lied der Welt Das uns bewegt und das uns hält Viva la Musica Musik die uns gefällt Hann corrigiert das unsutt knapp B Health G consistently Viva die Untertitel Lied der Welt johli Dri avons Du Glied waren